Metall-Short, wo haben wir denn den Mist? Gseht nicht, 4 haben wir. Glaubt, das reicht nicht, oder? Aber was ruckelt denn jetzt hier so? Also manchmal, wenn ich's... Da frag ich mich echt warum. Ich find's sowieso ein bisschen komisch, dass man, wisst ihr... Na, die haben keinen Metall-Schrott dabei. Wasser. Feuerpfeil. Das ist also auch nicht der Quartikel-Schrott-Zauberer. Aha. Schon wieder duster. Wann ist das denn passiert? Kann ich eigentlich ein Bett bauen? Kann ich eigentlich ein Bett bauen? Ein Greifhaken wollte ich ja haben. Oh, Metall-Schrott haben wir ja noch. Wir brauchen nur die Sporen. Warte mal, die waren doch... ...hier. Genau. Oh, dann können wir das ja doch... Dann können wir das doch herstellen. So, wir können Greifhaken bauen, herstellen. Jawoll, sehr schön. So, wo können wir denn jetzt... Wo können wir denn jetzt das Schwert herstellen? Was soll ich herstellen? Eine Stachelkeule oder ein derbes Schwert? Waffen. Ich habe nur eine Keule hier. Wo kann ich denn hier... Wo kann ich denn hier... Wo kann ich denn hier ein derbes Schwert herstellen? Nee, warum... Warum hast du denn jetzt... Nein. Oh, fick doch deine Mutter, Alter. Warum steht denn da eins? Äh... Weiter Punkt, 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 Stand. Scheiße. Mist. Ich habe nicht aufgepasst. Habe ich kein Bett, was ich bauen kann? Nee, aber gar nichts hier, wa? Können wir hier herstellen? Metallschrott, Kohle. Daraus können wir Metallplatten herstellen. Kohle hatten wir dann... Äh... Mal herstellen. Kannst du hier irgendwie was... Hier ist ein Derbetschwert. Wir brauchen schon wieder drei... Dreimal und ein Nägel. Ah... Nägel. Was brauchen wir für Nägel? Nicht Metallschrott. Wir brauchen Metallschrott. Fühlt ja irgendwie nicht vorbei. Ach so, guck mal hier. Ja, davon gibt es mehrere und wir haben zwei. Stachelkeule und Dings. Genau. Vier Nägel. Da brauchen wir ja auch wieder Metallschrott. Und dann zwei. Ja... So, gucken wir mal. Was haben wir denn jetzt hier? Äh... Kann ich das hier irgendwie einschmelzen oder sowas? Warte mal, kann ich hier irgendwie was... Warte... 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 Was denn das hier? Das sind hier? Brotlings... Brotlingsbeine? Was ist das denn nur wieder? Nein, ich muss ja drücken. So, wir haben die Dinger hier drüben. Genau! Und das hier auch ne? Ja! So, was haben wir denn hier noch alles? Holzscheide... Scheite... Hier, Fell. Die Dinger auch hier? Nee. Waren die drüben? Weiß ich nicht. Pfeile. Schwert. Ausiges Kurzschwert. Stein. Sind die Puschel hier drüben? Ja, guck mal hier. Ja, okay. Haben wir noch irgendwas? Stauraum könnten wir mal hier brauchen. Dafür brauchen wir Garn. Hier wird man nochmal einmal Stauraum bauen. Wollen wir noch eine Kiste bauen, wa? Oh nee, warte mal, wo ist ein Mann? Hier. So, das ist leer, okay. Achso, können wir ja eigentlich so machen. Warte mal, Stoff hatten wir das nicht hier auch irgendwo? Hier? Nee, aber hier gucken wir die normalen Pfeile. Wieso haben wir eigentlich keinen Stoff hier drinnen? Hier ist Stoff. Den Rest würde ich jetzt erstmal behalten, weil man weiß nie, ob man das mal irgendwo hier brauchen kann. Was haben wir denn unten noch eigentlich drinnen? Wir haben jetzt noch den Greifhaken. Muss ich den irgendwo einsetzen? Ja, hier, guck mal hier. Okay. Den Greifhaken haben wir auch. Äh? Warte mal, Tagebuch. Das können wir jetzt erstmal nicht herstellen. Wir brauchen Schrott. Flammenalter und Basisverbesserung. Können wir auch nicht. Brauchen wir diese runde Kugel. Die warten. Der Schmied meint, dass du mehr von den Hochweiden sehen wirst, wenn du eine warte. Das machen wir jetzt erstmal. So, aktive Quest festlegen. Ah. So, und jetzt zeige ich es mir nicht auf der Karte an. Das ist da drüben. Ach du Scheiße, wir sind hier unten? Wir sind hier unten? Wir müssen ja hier drüben hin. Krypta Bauer Schmied. Warte mal. Können wir hier hinreisen? Nee. Warum nicht? Wieso kann ich da nicht hinreisen? als Wegpunkt setzen. Wieso kann ich denn da nicht hinreisen? Aber wir könnten jetzt hier lang gehen und da hin, oder? Hä? Hä? Wo ist denn mein Ding jetzt hin? Oh, da könnten wir jetzt hin gehen. Wenn das nicht duster wäre. Dass ich hier kein Bett bauen kann, sag mal. Kann ich hier irgendwie, kann ich mich hier ausruhen? Nee, wa? Fähigkeitspunkte zurücksetzen. Ist hier irgendwo ein Bett gewesen? Ja doch, hier war doch irgendwo ein Bett, ne? Das interessiert ihn mir überhaupt nicht. Sag mal, hör mal. Okay. War ich hier drin im Bett? Oh, da habe ich das schon kaputt gemacht. Glutwacht. Nee, warte mal, doch da hinten. Hier war ein, hier war ein Bett. So, gut. Ist früh am Morgen. So, jetzt gucken wir mal. Wir müssen jetzt hier eben mal durch und da hin, ja? Schmiede eine Waffe als Wegpunkt setzen. Müssen wir jetzt durch das ganze Ding hier durch, oder was? Sie rennt, als wenn sie Hackenschuhe hat. Klack, 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 klack. 200 Meter. Okay, wir haben hier auch was gefunden. Vielleicht finden wir hier Metallschrott. Huijawoll, alter, hui. Huih. Hier ist was Holz. Ne, was macht der denn? Ach, sie. Hier ist nichts mit bei. Oh, Trühchen. Also mit Metallschrott wird hier aber ganz schön geknausert vorhin in der Sonne. Da ist ein Wolf, habt ihr sehen? Der ist da gerade durchmarschiert. Oh, was ist der denn? Böse Töle, böse Töle. Wer war er denn gewesen, Junge? Was war er denn für ihn? Ja, Metallschrott. Naja, wenigstens was. Aber guck mal. Boah, alter, was? Was ist denn das hier? Eisen? Ach, guck mal. Gucke mal. Gucke mal. Metallstern Streitkolben. Leck mich aber mal. Kann ich hier irgendwie... Was ist denn das? Eisen? Feuerstein. Ne, ich brauche Eisen, Mensch. Ich will auch irgendwann mal weiterkommen. Aber wir haben Metallschrott gefunden. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Vorsicht mit der Lieferung. Achtung, Sprengstoff. Argon, sei vorsichtig mit dieser neuen Lieferung aus dem Tal. Der Händler sagte, sie sei hochempfindlich. Offenbar explodiert der Sprengstoffe, wenn man leichtsinnig damit umgeht. Wer hätte das gedacht? Wie auch immer. Ich habe viel Geld dafür bezahlt. Nach... Ne, mach hier keine Faxen. Ich kann es nie... Kann es mir nicht leisten, noch ein Loch in der Wand zu reparieren. Okay. Okay. Wir waren auch sehr vorsichtig und diskret. Okay. Okay. Naja, außer Spesen ist die Wesen, was? Was ist denn hier unten? War ich hier unten schon? Okay. Ah, die sind echt knausig hier. Die sind echt knausig hiermit. Mit Zeugs. Mit Schrott. Was sind denn das hier eigentlich für Dinge hier? Wegsteine, wa? Wo ist denn jetzt hin? Wir müssen da oben hin. Ein paar Bären mitnehmen, wa? Solange wir keinen Bär treffen, der hier sich bewegt. Halt. Oh, der wollte was Phase hier. Alter, what the fuck, junger Glühwürmchen? Wenn wir sowas machen, doch keine Glühwürmchen. Das sind ganz eiskalte Killerbienen. Und dafür nehme ich euch euren Honig weg, Freunde. Hier müssen wir wohl eine Macke haben. Oh, da ist ein Wolf. Jawohl. Den wollen wir haben. Wir würden hier jault, du Lump, du. Komm rein, hier. Sehr gut, sehr gut. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen da hinten noch hin. Aber mir wird immer noch angezeigt, wo ich mal früher gestorben bin, wirst du? Ja, ja, wir sind hier schon immer gestorben. Ne? Soll ich manchmal vorkommen. Gerade in Spielen, die man nie so kennt. Und gerade in Spielen, wo es keinen Story-Mode gibt. Sterbe ich öfters mal. Da ist eine Höhle. Aber ich gehe erstmal hier lang. So, anscheinend mal hier runter. Und das Feuerstein. Da ist ein Dorf. Oh, die Musik ist cool. Alter. Alter, wir haben schon 22 Uhr. Ich nehme schon... Junge, drei Stunden 14 Uhr auf. Ich muss mal eine kurze Pause machen. Kann ich hier überhaupt Pause machen? Ne, ich mache mal eine kurze Pause. Der Kater wartet, der will was fressen. So, ich hoffe, ich habe alles rausgeschnitten, weil sonst ist ziemlich lange Pause. Der Kater ist versorgt. Lässt mir jetzt wieder eine Stunde in Ruhe. So, dann habe ich noch mit einem Gumpel gequatscht. Ja, der fragt, wenn ich ihm gesagt habe, ich darf dir ja nicht sagen, dass ich schon wieder ein neues Spiel habe. Welch hat er gesagt? Welch hat er gesagt? Welch hat er gesagt? Welch hat er gesagt? Der ist gerade seinen ersten Run. Baldor es geht durch. Ich finde das voll cool. Ich bin noch mittendrin. Oh, da wollen wir hin. Oh, was ist denn da los? Metallschrott, jawohl. Das wollen wir doch sehen. So was wollen wir sehen. So was wollen wir sehen. Da ist irgendetwas drinne? Dietrich, haben wir nicht. Aber ich habe gesehen, wir können hier oben hoch. Dann tun wir das doch. Ein bisschen übertrieben mit da. Ein bisschen übertrieben mit da. Ausdauer. Okay. Mit dem Hall hier. Metallschrott. Jawohl. Da ist Metallschrott. Geile Scheiße. Oh, wer bist du denn? Oh, nee. Wer seid ihr? In guten wie in schlechten Zeiten. In guten wie in schlechten Zeiten. Yolanda ist immer noch schwach. Sie kann kaum ihren Körper aus dem Bett heben. Sie schläft nachts und hat Hitzewallung und Schüttelfrost. Ich dämpfe ihre schmerz... Was? Ich dämpfe ihr schmerzvolles Stöhnen mit einem Kissen. Sie dürfen nicht wissen, dass wir hier sind. Sie sind immer... Was? Sie sind immer da draußen, streifen und her, schreien in der Nacht. Wir sind umzingelt. Ich will nicht, dass es... dass sie unser Ende sind. Ich will Frieden. Ich werde immer in deiner Seite sein. Ich verspreche es dir. Ich liebe dich, Yolanda. Ali nur. Ich dämpfe ihr schmerzvolles Stöhnen mit deinem Kissen. Oh Gott. Lagerfeuer. Ich will die ja nicht kaputt machen hier wegen Knochen. Wir machen das bei... bei... bei Dings hier. Ich sage mal bei Leuten, die wir nicht kennen. Draußen. Metallschrott. Ich mache jetzt gegen Dietrich dafür, oder? Nee, warum nicht? So, okay. Hier sind... Fässer, die... hier sind... Kann ich die eigentlich aufnehmen, ey? Ah, hat nichts gebracht. Was will uns mal hier durch, wa? Ich mache jetzt hier. Und hier ist es... Ich mache jetzt eine ... sehr gut funktioniert schon ganz gut hier mit uns hier metallschrott das ist doch das was wir hier wollen wir haben metallschrott brauchen wir wie sonst das stuft der wild wachs ja wohl sehr gut zweimal doch mal ganze deine deckung kann sie auch weghauen jawohl also steine wesen muss ok metallschrott kriegen wir hier eigentlich in süd raus hier der zum beispiel also hier ist doch irgendwas hier kann ich hier was mit anfangen das ist idealisch das ist sehr deprimiert das ist 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 der rucksack ist voll Oh, warte mal Alter, wie? Oh, ist auch schon voll Könnten wir ja eigentlich gleich hier schlafen, wa? Ah, der Uhu hat schon ge... Habt ihr gehört? Der Uhu, das ist die Nacht Der Uhu Han macht dann den Morgen Geil Absolut geil Feierig So, da unten will ich ja nicht hin Knisterner Zauberstab Ach, hey Okay, warte mal Wir müssen hier irgendwas wegschmeißen Auf was können wir denn verzichten? Da bin ich denn hier unter mir Ah, eine Katze Eine Katze Alte Bücher Okay Ich würde ja fast sagen Hier, die Ollen Kommen die Pfeile Hauen wir weg hier Ich würde das Ding hier mitnehmen Was ist da irgendwas mit Beine? Oh, da ist ein... Nee, nee, nee Warte mal Jawohl, hier Schön, links hier So, was haben wir hier? Ein kalter Empfang Wir sind in Rotfels angekommen Endlich raus aus den Verhüllten Ländern Die Reise über die Berge war beschwerlich Ich hatte auf ein Feldlazarett gehofft Aber es gibt hier fast nichts Ich muss Dinge Nee, ich muss die Dinge selbst in die Hand nehmen Wie ich es an der Front schon getan habe Ich werde mein Lager im Hinterraum Nee, in Hintertannen aufschlagen Okay Oh, wer ist der denn da? Kommt der jetzt wieder lang hier ran? Irgendwo? Wie, du bist gefallen? Ach, du Scheiße Leck mich doch am Arsch Nein Ach, herrje Das war jetzt nicht so gesund Wie viel haben wir denn verloren? Ach, du Scheiße Ach, du Scheiße Scheiße Na ja gut Mann, mach doch Y Ach, du Scheiße Lagerfeuer Brauche ich mit Lagerfeuer? Hier, Feuerfeier kann hier rüber Nee, warte mal Feuerfeier haben wir bestimmt Ah, das kotzt mir jetzt an, wa? Warte mal Wo ist denn jetzt hier wat? So Feuerfeier? Feuerfeier? Also Das sind wohl Nicht der schlaueste Move Eigentlich warten Na ja, gut Dafür ist es ja da Dass man hier Fehler macht Dinge tut Warte mal, den Ring packen Wollen wir mal hier rein Okay, das Der ist ja nicht mal so schlecht Braucht der ein Dingens? Ein Zauber? Ich brauche nicht Oh, das ist Oh, ja, ja, ja Okay Okay, 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 okay Okay Ja, ja, ja Ich verstehe Ich verstehe Warte damit auf sich hat So Ähm Ja Gut Sind wir gestorben Na, Dingeschehen Wundergeschehen Habs genau gesehen So, wollen wir mal unseren neuen Zauberstab ausprobieren An diesen tollen Wolf hier Brenn, du Vieh Alter, oh Der geht aber schnell kaputt Warum ich hab's da jetzt kein Warum ich hab's da jetzt kein Gebratendes Fleisch, sag mal Das finde ich jetzt ein bisschen doof Das finde ich jetzt ein bisschen doof Zicklein So, hier wollen wir hoch Das sieht doch gut aus Alter, wir haben Wir haben einen geilen Zauberstab Freunde, wir haben einen geilen Zauberstab Damit können wir jetzt mal richtig Mal richtig zeigen, was wir hier können Dann sagte er Und versinkte sich in dem ersten Fass Jetzt haben wir auch noch einen mit Feuer Na, das kann ja was werden Aber nicht so viel sammeln Sonst kann ich nachher mein Zeugs nicht aufsammeln Oh, was ist denn da hinten? Guck mal da hinten Häuser Ne, warte mal Wo waren wir? Hier runter Hier runter Durch diese ohle Gasse müssen wir gehen Naja Naja Aber wir kommen auf jeden Fall da an unsere Sachen ran Ohne dass wir kämpfen müssen So viel steht schon mal fest Hier habe ich einen Tunnel gebaut Aber das hat doch Und die Shepard, wa? Das ist für Wummen weg Lange Nase So, da ist unser Grabstein Du bist schuld, du Vogel Du Fatzke Hier, friss meine Feuer Halt still da unten Stirb wie ein richtiger Mann Wir brauchen schon ein bisschen länger jetzt Wo willst du denn hin, Junge? Aha, hier Hast du gesehen? Wehste, wehste Verstehste Oh Oh Gott, das ist ein bisschen viel Oh, ich habe keine Dings mehr Warte mal Machen wir das mal so Oh, nee, nee, nicht sterben Nein, nicht sterben Mann Ich habe keine Ausdauer mehr Oh, jetzt muss ich immer wieder hier hin Oh Doch, ich habe hier mal, ne? Mann Was ist denn das hier eigentlich? Elixier So, ist mal hier Ist mal erst mal was Mann Na, das ist ärgerlich So, jetzt sind wir so an dem Punkt Naja, die Masse macht es wieder Weißt du Das ist auch wieder so ein Ding Die Masse macht es Wir schicken einfach zwei, drei Rinder Die so schnell sind Und dann hast du dann eben so Hm Scheiße Ich bin echt gespannt Ob man hier irgendwie noch So eine Zucht machen kann Koffer da haben wir nur drauf Warte, ist denn da hinten Was leuchtet denn da? Was leuchtet denn da? Grafikfehler? Grafikfehler Die hört denn aber auch nicht oft mit Ja, oh Mädchen Was ist denn das? Erst mal holen Was machst Was mach ich denn jetzt hier gerade? Hallo? Ich tue schon wieder Dinge Die ich hier nicht machen sollte Oh, mein Zauberstab ist schon fast kaputt Ist ja doof Was soll denn der Krötz Ich sag mal Zu schwach bin ich jetzt hier nicht Mit meiner Level Was bin ich denn jetzt? Level drei? Zwei? Da bin ich nicht zu schwach für Aber das ist halt die Ist halt schon wieder diese Was ist denn? Hast du Probleme? Die verbraucht doch schnell Ausdauer, muss ich sagen Ist das heftig? Oh, Rotfels Na ja War schon mal gewesen Jetzt bin ich mal so Ja Zweimal so Ja Haben wir auf den Sack gekriegt Wo sind meine Statute Okay Den haben wir Ach hier ist mein Ding Ah, ich hab ihn gefunden Kappen gefunden Ja klar Ich kann schon wieder eine Stoff nehmen Warum kann ich jetzt schon wieder eine Stoff nehmen? Was hab ich denn jetzt schon wieder Was zu viel ist? Mit Harz würde ich gerne mitnehmen Hier Zerlegen Oh, ich kann Sachen zerlegen Kann ich hier noch irgendwas zerlegen? Hä? Warum kann ich das nicht aufnehmen? Hä? Ich hab doch gerade was zerlegt Was hab ich denn da Was hab ich denn da zugekriegt? Feuerstein Komm Hau mal weg Da hab ich jetzt keine Verwendung für So, haben wir hier noch irgendwo Einen Schlumpi? Das Elixier Eine Flut des Elends Die Theorien des Alchemisten Teil 1 Ich begreife die Formel nicht ganz Sie ist raffiniert Jenseits aller Vorstellungskraft Es überrascht mich nicht Dass der Ursprung dieses Rezepts Nicht von dieser Welt ist Hergestellt aus dem Fleisch Dieser winzigen, zarten Pilze Die tief unter der Erde wachsen Es verleiten macht Doch nur einen kurzen Blick Auf dieses Fläschchen Erfüllt mein Herz mit Sorge Dies wird niemals ein Heilmittel sein Das hier wird niemals ein Heilmittel sein Es wird immer eine Waffe sein Vielleicht wollten die Erbauer Es aus einem bestimmten Grund verstecken Balthasar Okay, steht jetzt hier rum Ja, oder was So, wir sind ja mal noch auf der Suche nach Boah, Spinnen Jawohl Knochen nehmen wir auch gerne noch mit Okay Oh, ist das nicht Oh, hier ist ein Klaar Klaar Oh, hier ist das nicht Ei, 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 ei Heile Bücher Kann ich mit den Dinger machen Hier gerät doch noch irgendwo in den Augen. Hier gerät doch noch irgendwo in den Augen.